Rekuperation, das bedeutet die Bremsenergie-Rückgewinnung beim Bremsen oder beim Verzögern. Dabei wird über die Elektromotoren die Batterie wieder geladen und Reichweite zugeführt. Adaptive Rekuperation bedeutet hier im i4, dass intelligente Sensoren den Verkehr vor dem Fahrzeug im Blick haben und dann die Stärke der Bremsenergie-Rückgewinnung selber steuern. Ich kann das natürlich auch manuell auswählen. Über das Menü, Fahreinstellungen, Antrieb-Fahrwerk, niedrig, mittel oder hoch oder eben adaptiv in der Fahrstufe D. So wie hier und jetzt im dichten Stadtverkehr bietet sich auch an in die Fahrstufe B zu wechseln. Jetzt wird das Display umgeschaltet hier auf maximale Rekuperationsstärke und ich kann im laufenden Verkehr immer mit einem Pedal fahren. Das ist das berühmte One-Pedal-Feeling. Damit erreicht dein BMW i4 die bestmögliche Effizienz im Alltagsbetrieb. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir suchen uns jetzt. Vielen Dank.